Ja hallo, Sebastian Reyners hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte dir in diesem Video ein kleines Konzept vorstellen, welches ich die Blackbox nenne. Die Blackbox ist auch bekannt unter dem Namen Invisible Funnel. Also, was ist denn diese Blackbox? Sicher hast du dir schon meine Videos zum Verkaufsrichter-Theorie und Verkaufsrichter-Praxis angeschaut. Falls noch nicht, schau dir die beiden Video-Verlinkungen an, schau dir die Videos an, damit du weißt, worum es hier geht. Die Blackbox ist im Prinzip eigentlich nichts anderes als ein gewisser Verkaufsrichter, ein gewisses Verkaufsrichterkonzept. Und ich werde dir gleich mal die Vorteile gegenüber einem normalen Verkaufsrichter-Prozess einfach mal zeigen. Und das ist auch, warum du diesen Prozess auf jeden Fall mal in dein Geschäft mit einbinden solltest. Nehmen wir mal erstmal an, du hast 100 Besucher. 100 Besucher, 100 Visitors, also 100 V. Und die schickst du einfach nur auf eine Landingpage und das wäre dann ein Prozent Verkauf, was ein Verkauf ist. Ein VK, ein Verkauf. Und bei einem Produkt von 50 Euro hast du 50 Euro gemacht. Schickst du jetzt 100 Besucher auf diesen Falle, da passiert Folgendes. Wenn du den Falle betrittst, kriegst du ein kostenloses Produkt. Zum Beispiel ein kostenloses Videotraining oder ein kostenloses Seminar. Was die meisten Leute nicht wissen ist, dass dieses kostenlose Training ein Ausschnitt von deinem Produkt ist. Und zwar, um genau zu sein, der beste Teil deines Produkts. Das heißt, wenn du ein Videotraining von ca. 4-5 Stunden hast, dann schreibst du einfach die besten 30 Minuten aus und packst sie auf die Landing- oder beziehungsweise Capture-Page. Und gibst das dann da kostenlos zur Verfügung. Das können sie sich dann holen. Und nachdem sie sich das angeschaut haben, haben sie die Möglichkeit, das komplette Produkt zu kaufen. Für einen gewissen Preis. Zum Beispiel jetzt 50 Euro. Das heißt, nachdem sie schon den besten Teil deines Produkts gesehen haben, sind sie natürlich gewillt und sehen, wow, der hat es wirklich drauf. Und sind dann gewillt, noch mehr zu kaufen. Das bedeutet, wenn du 100 Besucher darauf bringst und davon 8%, nur 8% sich das kostenlose Training holen, dann hast du 8%, was 8 Leute sind. Also 8 Verkaufs-Leads. Denn wenn wir hier noch einen Zwischentritt, 8% sind dann 8 Verkaufs-Leads und von diesen 8% kaufen ca. 25%, weil sie schon davon überzeugt sind, dass du das Wissen hast. Bei 25% sind das 2 Verkäufe. Und das sind 100 Euro. Verstehst du, was ich damit sagen will? Es ist eigentlich komplett egal, was du anbietest. Es ist einfach nur wichtig, dass du den Menschen vorher etwas Kostenloses gibst. Die Menschen lieben kostenlose Sachen. Deswegen habe ich hier auch dieses Free extra so unterstrichen, weil Free, die Leute lieben es, wenn es gratis ist. Das heißt, indem du einfach nur eine weitere Landingpage einbindest und einfach nur einen Ausschnitt deines Produkts kostenlos zur Verfügung gibst, erhöhst du deine Conversion Rate. Und zwar um das Doppelte. Und das ist die Blackbox, also der Invisible Funnel. Er ist relativ leicht aufzusetzen, das heißt, nachdem man dann die Möglichkeit hat, das Produkt zu kaufen, kommt dann natürlich die Apply-Seite, also wo man zustimmen muss, dass man das kauft und die ganzen Rechnungsadresse und sowas. Und das ist das gesamte System und es funktioniert. Wenn du jetzt erfahren willst, welche Verkaufsrichtersysteme ich benutze, dann kannst du gerne meinen Kanal abonnieren, denn hier kommen regelmäßig neue Videos wie diese. Und du kannst jetzt unterhalb des Videos auf den Link klicken und sehen, was ich so mache. Also was ich im Network Marketing mache, womit ich mein Geld verdiene. Ich denke, das könnte dich ganz gut interessieren. Mach's gut, dein Sebastian. Ciao.